Hey Leute, heute mit dem Thema Rationalisierung. Für gewöhnlich würde ich mich auch hier auf die Trennung und eure Ex beschränken, aber mir fällt stark auf, wie sich viele von euch auch lange danach ein Narrativ aufbauen, also eine Version der Realität schaffen, die euch oberflächlich nützlich ist, aber letztendlich dazu führt, dass ihr euch langfristig limitiert und wirklich neuen Chancen nicht mehr offen gegenüberstehen könnt. Aber von vorne. Die Rationalisierung ist der Vorgang in euch, Gefühle, Eindrücke und bestehende Fakten, zum Beispiel die Trennung, in ein für euch logisches Konstrukt hineinzwängen zu wollen, um daraufhin eure Konsequenzen ziehen zu können oder zu müssen. Dabei ist es egal, ob das der Wahrheit entspricht. Ihr schafft in dem Moment eure eigene Wahrheit oder blendet wichtige Fakten dazu einfach aus und kommt an den Punkt, an dem diese Wahrheit zu eurer Realität wird, auf der ihr dann weiter aufbaut. Als Beispiel, eure Freundin verlässt euch aus ungenannten und euch unbekannten Gründen. Jetzt sucht ihr einen Grund, schaut euch Videos darüber an, merkt, dass sie in letzter Zeit häufiger am Handy war und seid demgegenüber natürlich a. offen und b. anfällig. Euer Blick fixiert sich darauf und macht diesen einen Fakt überlebensgroß und zum einzigen Problem, das ihr seht. Nach ein paar Mal drüber schlafen und der Überzeugung, die wächst, ist für euch klar, da muss ein anderer im Spiel sein. Immerhin habt ihr nichts falsch gemacht und es gab keine anderen Anzeichen. So schlittern wir nach und nach in eine Richtung hinein, die sich vielleicht nie wirklich aufklärt oder die wir im Nachhinein durch unsere eigenen Gedankenwirrungen erst zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung machen. In dem Fall wäre es zum Beispiel eine Option, dass es euch zu gemütlich in der Beziehung wurde und die Anziehung stark nachgelassen hat. Sie hat es also nicht mehr gefühlt und hat vielleicht mit ihrer besten Freundin darüber geschrieben, die sie möglicherweise bestärkt hat, euch noch nicht aufzugeben. Ihr schließt das Falsche daraus, rationalisiert euch das in euer Weltbild bzw. dazu, was ihr im Internet aufgeschnappt habt und konfrontiert sie im dümmsten Fall richtig plump damit. Dann ist es kein Wunder, dass es dabei bleibt, sie euch für das Allerletzte hält und ihr... Ja, was ist dann mit euch? Glaubt ihr ihr das? Vermutlich nicht. Immerhin kann sie es nicht beweisen und dass sie kurz darauf einen neuen hat, bestätigt euch auch wieder. So oder so ähnlich könnte das aussehen. Und worauf beruht das? Darauf, dass ihr euch nicht hinterfragt habt, dass es so sein muss, wie es aussieht und was euer aktueller Wissensstand gesagt hat. Ich werde es aber noch etwas weiter ausführen, denn da hört das Ganze dann nicht auf. Besagte Situation. Bei euch ist Schluss. Ihr habt selbst herbeigeführt, wovor ihr am meisten Angst hattet bzw. was euer Worst-Case-Szenario war. Ihr plädiert innerlich auf nicht schuldig und die Frau hat euch nicht verdient. Ihr seid ihr Haus hoch überlegen. Frauen sind doch alle gleich und was weiß ich, was noch für ein Schwachsinn, den ihr dann noch aus der Situation ziehen könnt. Und nochmal. Fühlt euch nicht angesprochen. Ich vollziehe innerlich gerade nach, was ich schon oft gesehen habe und bei manchen Leuten so ein wenig vermute. Keine reale Situation, sondern nur mal eine Art Planspiel. Also. Zu solchen Erkenntnissen kommt man zwangsläufig, wenn einem ein negativ erdachtes Narrativ bestätigt wird. Und das wurde es, denn sie wird irgendwann einen neuen haben und ihr habt ihr schon davor nicht mehr ganz vertraut, als sie euch gegenüber ruhiger und kälter wurde und mehr am Handy saß. Als dann Schluss war, war es für euch innerlich ein Fakt und das verlorene Vertrauen selbst hat dafür gesorgt, dass ihr nicht nur diese Beziehung hinterfragt, sondern zuerst die Beziehungen, in denen ihr wart, die Beziehungen, die ihr um euch herum seht und kennt und vielleicht sogar auch Beziehungen heutzutage nicht irgendwo immer so sind und enden. Ihr erkundigt euch zu dem Thema und findet Leute, denen es genauso oder noch schlimmer ging. Ihr tauscht euch aus und findet ein Muster. Ein Muster, das ihr nur findet, weil ihr aktiv danach gesucht habt. Das macht für einen allgemeinen Wissensschatz und die Wahrnehmung für das Thema Sinn. Aber ihr habt für euch schon viel früher eine destruktive Richtung eingeschlagen. Und weshalb? Fehlinterpretierte Rationalisierung. Jetzt muss das zu nichts Schlechtem führen. Unser Weg geht immer irgendwo weiter. Und wir sind auch nicht dumm oder komplett verblendet. Wir sperren uns nicht vor der Wahrheit und gesunde Menschenverstand. Oder? Kann man das wirklich sagen? Ich, ja, ich würde sagen nein. Wir sind in bestimmten Momenten anfälliger für extremere Richtungen und Meinungen, als wir es gerne zugeben würden. Und das Wertvollste, was wir haben, ist meiner Meinung nach unsere Einstellung und unsere Geisteshaltung. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob wir etwas tun, weil wir uns ein positives Ziel gesetzt haben oder weil wir keinen anderen Ausweg sehen. Ob wir auf bestimmte Dinge verzichten, weil wir langfristigere Ziele haben oder weil wir denken, etwas sowieso nicht erreichen zu können. Wir sollten uns zu jeder Zeit immer mal wieder hinterfragen, ob wir mit dem heutigen Wissensstand und der emotionalen Reife, die wir mit mehr Erfahrung und Persönlichkeitsentwicklung automatisch bekommen haben, wirklich zu unserem bestmöglichen Selbst geworden sind, das seine Entscheidung so trifft und getroffen hat, dass wir damit zufrieden sein können und nicht in emotionalen Momenten in eine eigene Realität abdriften, um uns besser zu fühlen oder bestimmte Wahrheiten nicht anerkennen zu müssen. Denn nur dann können wir uns eine Grundlage schaffen, von der aus wir auch etwas Sinnvolles erreichen können. Wir werden sonst später immer wieder durch diese fehlinterpretierten Tatsachen auf die Fresse fallen und sie erst in mühevollster Kleinstarbeit erkennen und, ja, fast schon austherapieren müssen. Was meint ihr, was für ein Müll da entsteht, wenn ihr jetzt in Zukunft mit einem unangebrachten Misstrauen an jede Frau rangeht, die Signale zeigt, die eure Ex zum Schluss gezeigt hat, die aber wie in dem Beispiel eigentlich auf euch zurückzuführen waren und damals schon falsch eingeschätzt wurden. Oder wenn ihr frühere negative, traumatische Erfahrungen gemacht habt, die ihr jetzt auf andere übertragt und daher das eigentliche Problem tatsächlich in euch zu finden ist. Wenn ihr denkt, das Problem würde sich mit einem neuen Partner lösen lassen. Das, was eine Ex gerne mal denkt, wenn sie euch verlässt. Dass alles gut wird, wenn sie nur wieder den Richtigen wählt, obwohl ihre Probleme bleiben und nur ein anderer sich damit rumschlagen muss. Meint ihr, die sind dumm? Nein, die rationalisieren das Problem auf euch, damit es ihnen kurzfristig besser damit geht und weil sie das über Jahre schon immer so gemacht haben. Das machen sie, weil sie an den einen Richtigen glauben und wenn ihr es nicht seid, dann ist es eben einfach ein anderer. Auch das ist ein Narrativ, das bemitleidenswert wäre, wenn sie euch damit nicht so viel Schmerz zugefügt hätten. Wo wir gerade bei der Ex sind. Was sie euch da teilweise an Trennungsgründen hinwerfen, ist auch meistens hin rationalisierter Mist. Als Beispiel mal, ich will einfach Zeit für mich. Meint ihr, sie kann es greifen, dass die Anziehung zu euch stark nachgelassen hat, sie euch nicht mehr begehrt und deshalb keine Zukunft mehr mit euch sieht? Nein, sie will es für sich schön verpacken und hat davor versucht, es zu ändern und zu verstehen. Leider konnte sie es aber nicht verstehen, da ihre Gefühle machen, was sie wollen und die Anziehung nicht bei ihr liegt. Jeder Versuch, das wiederherzustellen, hat nur noch mehr ihre Geschichte bestätigt, die sie durch die Brigitte oder Freundinnen als Möglichkeit zur Auswahl gestellt und sich dafür entschieden hat, diese als ihr Narrativ anzunehmen. In dem Moment ging ihr ein Licht auf und sie hat auf dieser Grundlage weiter ihre Trennungshürden aufgebaut. Obwohl nicht mal das gestimmt hat. Für sie war das aber vollkommen klar und sie hat das so gefühlt. Je mehr sie darüber nachgedacht, in sich reingehört und nach Lösungen gesucht hat, desto weiter hat sie sich dieses Zeug zusammen rationalisiert und desto unnahbarer konnte sie bei der Trennung selbst werden. Und sogar wenn sie dabei geweint, euch umarmt und diesen tollen Satz vielleicht irgendwann gebracht hat, sie hat nicht mehr dran geglaubt. Das wurde zu ihrer Realität. Nicht, weil es so sein muss. Nicht, weil sie versteht, was in ihr vorgeht. Weil es passt und ihr irgendwo logisch nachvollziehbar ihre Gefühle bestätigt. Das ist ein Fass ohne Boden und bei anderen könnt ihr auch rein gar nichts dagegen tun. Gegen sowas kann man nur mit der Logik der anderen in ihrer Welt angehen und gewinnen. Und da ihr nicht einschätzen oder nachvollziehen könnt, was in ihr vorging und da hinzugekommen ist, wird das schwer. Was in besagtem Fall mit der Ex funktioniert? Gefühle schlagen solche Narrative. Man kann auf verschiedene Arten damit umgehen, aber erzeugt ihr genug Anziehung, wird ihr Weltbild keinen Bestand haben. Ansonsten, wie erwähnt, verlasst euch nicht darauf, dass ihr sie oder irgendjemand sonst ändern könnt. Grundsätzlich ist nur euer Weltbild wichtig, denn darauf beruht auch, wen ihr in euer Leben lasst und wie ihr diese Personen seht. Umgebt ihr euch nach einer schweren Trennung mit Leuten, die nur rumnölen, alles schlecht machen und die Verantwortung an allem abgeben, dann werdet ihr auch so ein Mindset entwickeln und dann tut ihr mir leid. Denn ich kann euch da dann nicht mehr rausholen. Es ist eine Abwärtsspirale, die durch ständige Bestätigung zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Du ziehst genau die Leute und in dem Fall auch Frauen an, die genau dem entsprechen, was du über diese Personen denkst. Die stechen für dich aus der Menge hervor und sind repräsentativ für alle anderen. Überprüft eure Glaubenssätze, eure Überzeugungen und eure Entscheidungen immer im Nachhinein darauf, ob ihr beeinflussbar wart und ob ihr vielleicht etwas von Grund auf Negativem nachgegeben habt. Denn wenn das der Fall war, könnt ihr nur gewinnen. Das ist nicht schlecht, das passiert uns allen mal. Den Unterschied macht ihr, indem ihr solche Momente erkennt und das Mindset-technisch wieder bergauf geht und ihr eine positive und ruhige Grundhaltung auf Basis der wirklichen Realität schafft. Ist auch immer der erste Schritt nach einer Trennung. Schauen, wo man wirklich, tatsächlich gerade steht. Erst wenn man das realisiert und akzeptiert, kann es gezielt in eine bestimmte Richtung vorangehen. Davor ist man gefühlt blind in einem Labyrinth unterwegs. Lernt euch selbst einzuschätzen und übt das. Man muss sich selbst auch nicht immer anzweifeln. Es geht einzig und allein darum, dieses ganze Negative gehabelos zu werden, was einem im Nachhinein im Weg stehen könnte. Und eine Traumwelt zu schaffen, nur damit sie in die eigene Logik reinpasst, das führt nicht gerade zu etwas Positivem, sondern auch weiter in diese Traumwelt rein. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.